Ein Gedicht ist so lange gut, bis man weiß, von wem es ist. Eine umfassende Bildung ist eine gut dotierte Apotheke, aber es besteht keine Sicherheit, dass nicht für Schnupfen Zyankali gereicht wird. Kunst ist etwas, was so klar ist, dass es niemand versteht. Wenn die Sonne der Kultur tief steht, werfen selbst die Zwerge lange Schatten. Der Anspruch auf einen Platz an der Sonne ist bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie untergeht, sobald er errungen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017